So, ähm, es geht weiter mit Megaman nach einer kurzen, ja, nach einer kurzen Pause jetzt zwei Tage ohne Aufnahme und jetzt mach ich bis zum Ende durch. Und ah, das ist alles da noch weit hoch. Okay, ich hab diesen Typen hier im Internet gefu- in Netopia 2 gefunden und ja, aber auch in einem Game-Kristall wie das andere gelbe Vieh und äh, willst du noch meinen Bruder gucken? Nein, ja, nein, ja, komm. Oh, danke sehr. Ich denke jetzt im Internet. Ich hoffe, dass es meinem Bruder gut geht. Er ist der beste Schlüsselmacher in Netopia. Ich kann nie- konnte ihn nicht, äh, aufhalten und mach mir jetzt Sorgen um ihn. Ich zähle auf dich. Also dieser Typ war... hier, da. Hier geht's dann hoch zu dem komischen Typen. Egal, ähm, ja, wir müssen jetzt nach Net... äh, ins Internet drehen und da hab ich schon was vorbereitet. Ja, ich habe mir diese Laufarbeit schon mal erspart, indem ich... ihn, was so, ähm, Sekunde... Ja, das war jetzt da oben, wo vorher dieser blaue Eiskaste da ist. Wenn meine Videos verfolgt, könnt ihr vielleicht wissen, weil ich bin da schon fast dran vorbeigerannt. Ähm, ich versuche... ne, äh, now how I'm going to get it out. Und auf hier irgendein Moment, ich lese nochmal von vorne, zum, ne? Safe State, die Park, oh, ich manchmal... man. Ähm, wer ging and left this on. Äh, wo kommen diese ganzen Sachen her im Netz, diese Eisbröcke? Ich kann... go below with this thing and... also ich kann da nicht runtergehen mit dem Ding in meinem Weg. Äh, now how I'm get... äh, I'm going to get it out of here. I swear. Hey, how I, äh, how are you? Äh, what? Was looking for me? Ich mache mir Sorgen auch. Und das war schlecht. Und jetzt übersetzt sich in der Tattoo, ähm, hey, äh, do me a favor. Go back where he is and tell him I'm alright and I'll be back soon. I'm still looking for a way. Okay, also, ähm, in Ordnung, also er sucht nach, äh, no, we need three bluebacks, äh, bluefrags in order to destroy it. But I don't know where they are. And that's why it stands at the moment. Das, ähm, okay, ähm, also der Typ kann mir so einen Schlüssel machen, damit ich die blauen Kristall zu stellen kann, und da hab ich wieder was. Boah, ich weiß, ich bin toll vorbereitet. Ähm, wo ist mein Bruder? Äh, so, wie geht's meinem Bruder? Ist er in Sicherheit? Puh, da bin ich glücklich. Danke, dass du ihn gefunden hast. Hier ist ein eigenes Geschenk für dich. Und ich halt Bluefrag One, ähm, ey. Und ja, jetzt müssen wir wieder zurück zum Keymaker. Nur, wir haben ein kleines Problem, denn... Katrin! Hey, äh, Lan, wie kam, kam nie wieder auf den Flur unter uns? Ha. Hey, du. Du bist dieser mega irgendwas. On Gospels Blacklist. Äh, came to... äh, du bist gekommen, um einen Bluefrag zu klauen, stimmt das? Bluefrag? Äh, ist das nicht die... Basis für den Bluefrag? Komm und hol dir einen Bluefrag, wenn du kannst. Äh, wenn du... If you... Äh, if you find a way here, it's pointless. Also, wenn du dich hierhin findest, ist es trotzdem sinnlos. Unsere Zivilisation... Zerstörungsplan wird vollendet sein. Ich werde sehen, wie du an deinem Daumen lutscht. Und... Und die Welt versinkt, du, ahahaha. Arschloch. Ne, äh, dieser Navy hält ein Bluefrag. Ähm, los, wir gucken nach einer Route, um ihm zu folgern. Oh, das ist eine Male. Ja, ich mache das. Schott. Ähm, die Male, ja. Mega Man Male ist ja fast mit der Zivilisation. Ähm, ja. Schott hier. Äh, da ist ja... Whoever do you mystery eyes is searching for another route in the internet. Und is covered. It's from Korto Square. Whoever a special key is. Okay, äh. Okay, jetzt muss ich zurück in... Lass mich überlegen, in NetSquare, glaube ich. Egal, dies schneide ich dann kurz einfach raus und wir sehen uns gleich vom NetSquare wieder. So, und kurz vorm Square bin ich wieder da für euch. Nur für euch. Und hier ist auch schon der Keymaster. Hey, äh, schön dich zu sehen. Äh, du guckst nach einem Cree? Für was? Äh, ne, wofür? The Gate at Den Area? Äh. Das Gate... ...lässt dich ins Korto Bucky. Hä? I make one. Warte eine Sekunde. Rattel... ... ... Here you are it. Äh. I own you want to take it. Okay, ich halte den Decay. Kitch, ähm. Ja, sie konnte da, ich muss, ich muss über Den Area? Moment. Ähm, ja, ich muss jetzt in die Den Area laufen. Und, ja, bis hin und gleich. Ich hab' nicht. Also, äh. So, und ich glaube, ich weiß, dass das weitergeht. Also, ich bin jetzt in den Den Area 1. Und, ja, hier waren noch diese tollen Portale, wo ich keine Ahnung hatte, was sie machen. Und, jetzt bin ich drüberlaufen und die haben sich geöffnet. Aus jedem Grund. Und jetzt kann ich hier rein und ich bin im... Undercode hole, ich glaube, hier muss ich hin, sogar. Ich weiß es nicht, das bin mir nicht sicher, aber... ...hört sich zumindest gut an. Das ist auf jeden Fall eine neue Area. Ja, oh mein Gott. Hallo? So, sei nicht so verwirrend. Nein, das war falsch. Und es kommen... Ach, vielleicht die Gegner. Können ja nicht, sagt, ich bin lieber 700 Damage zu. Bam! In sein Gesicht. Ja, ich habe auch noch ein paar Power-Ups geholt in... ...irgendwann in letzter Zeit. Mir geht's nicht lang. Mir geht's auch nicht lang. Oh mein Gott. Das ist verrannt. Und irgendwie kommt grad in die selben Gegner. Langweilig. So. Das ist ja kaputt, von dem geht die größte... ...die größte Bedrohung aus. Außerdem hat sich mein... ...ElecGutStyle-Mentol-Power-Bam ins Gesicht. Kraft auf Level 3 gesteigert grad eben noch während eines Kampfes. Und das ist toll. Finde ich zumindest. Ob ihr es toll findet, ist ne andere Frage. Aber ich find's toll. Ähm, ja. Ähm. Ich habe mir grad einen Scheiß und... Mach Speed. Speed, speed, speed. In der Brie kann's, hier kann's die Richter. Nein, da kommt man nicht lang. Da kommt man lang. Da geht's lang. Hier. Und dann ist man... Hallo, was willst du reden? Ein Wetter-Dealer. Power-up. Hm. Komisch. Hm. Ja, ich glaube ich den Power-up. Ja, komm. Und dann nehm ich noch einen Haken-Morri. Ja, läuft. Geld mal wieder ausgegeben und ich... Hm. Cool. Mit euch hatte ich auch noch nichts zu tun. Okay, komm. So. Ähm. Ja, hat mich nicht zubracht. Irgendwie aus dem Land kommt. Puff. Okay, das... Get on. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Das ist toll, was du hier mit mir machst. Aber nützen wird es ja auch nicht sein. Vielleicht bist du tot. Ähm, glaub ich auch nicht. Ja, tot. Ich mag tot. Ähm. Okay, aber... Ja, wo geht's weiter? Hier zurück, würde ich sagen, ganz spontan. Äh, haha. Ja, klar, irgendwie kann ja nichts Gutes passieren, aber... Ja, okay, warte geht's mit Megaman und... Ich verstehe dieses Stage nicht, ja. Dafür brauche ich einen Anlocker. So, komm ich da lang, da lang, da lang. Ich mach mir mal einen kurzen Schritt. Ich muss grad nochmal weg.